Wo sind die Leute aus Leipzig? Und wer ist froh, dass er nicht aus Leipzig kommt? Jetzt auch einige, ne? Okay, wir haben gerade über Poldi und Schweini gesungen. Mal eine Frage, wo sind denn die Einheimischen? Wo sind die Österreicher? Ah, Skifahren ist teuer geworden, ne? Das kann sich nicht mehr jeder leisten. Flügel 3,50 Euro, früher hat man noch Runden gegeben, ne? Hey, haben wir Gäste aus Italien hier? Ja, da kommt es nicht aus Italien. Bulgarien vielleicht. Mann, oh Meter, die wiegt ja gut und gerne 100 Kilo. Zu viel. Ich stelle da wieder ab. Haben wir Gäste aus Polen hier? Ne, die haben wir nicht hier. Die stehen gerade draußen und klauen euch die Skier weg. Gäste aus Holland? Hüpp, Holland, hüpp. Ne, ich bin, ich bin der Deutsche André Haases. Ja? Ich bin der Brief an der Fliege. Kennt ihr André Haases? André Haases? Ne, Holland, haases! André Haases ist ein ähnliches Schicksal wie Rex Gildo, ja? Ja, nur Rex Gildo ist aus dem Fenster gesprungen und er hat sich zu Tode gesoffen. Aber was singen wir? Orange, streng nur die Müll abfurt. Orange, streng nur die Müll abfurt. Orange, streng nur die Müll abfurt. André Haases? André Haases? André Haases? Haben wir Gäste aus Deutschland hier? Nochmal, haben wir Gäste aus Deutschland hier? Ja, ich saß ja eben. Fast 4 Millionen Arbeitslose, aber uns geht's gut hier. Ne? Ja.